Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin Moment haben bei 69.300 US-Dollar. Wir haben gestern ein erstes Breakout gesehen, bevor es dann diesen größeren Abverkauf gab, nachdem da ein bisschen USDT-Untersuchungen mit Russland etc. pp. Das sind immer so diese Standardgeschichten, kam gestern raus, deswegen auch so ein leichterer Abverkauf, aber alles weiterhin im Rahmen. Wir haben zwar unseren Pivot halten können, unseren Widerstand, den wir vorher hier hatten, den wir nach oben hin durchbrochen haben, konnten wir erst als Support testen, sind dann aber jetzt mittlerweile drunter gefallen. Was das für Auswirkungen haben können, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum gucken und natürlich auch auf die Stockmärkte Gold und den Forex-Markt. Auch dort wird es möglicherweise neue Entries geben. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen, wer den Kanal noch nicht aktiviert hat und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr auch eine Börse noch zum Traden sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr, wenn ihr das wirklich alles hier macht, was da für Aufgaben stehen, bis zu 5.150 US-Dollar an Boni bekommen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 69.400 US-Dollar. Wir hatten unser Breakout, worüber wir noch gesprochen haben am Montag. Gestern habe ich ja leider kein Video geschafft. Hatten sogar einen schönen 4-Stunden-Close über diesen letzten Hochständen. Sind dann aber doch wieder zurückgefallen in unser Symmetrical Triangle und da traden wir auch momentan weiterhin drin. Nachdem es dann, wie gesagt, gestern so ein bisschen wegen USD-Tether-FUD, in Anführungszeichen FUD gab, wegen Russland und sowas, gab es halt hier eben diesen Abverkauf ins 0,5 auf Übernacht Retracement Level. Eventuell wäre es sogar besser gewesen, wenn wir hier in Richtung Pivot beziehungsweise sogar ins Golden Pocket hier nochmal reingehen, in den Bereich der 67.000 US-Dollar. Aber was nicht ist, kann auf jeden Fall noch kommen im Laufe des Tages. Wir haben nämlich jetzt auch eine schöne 4-Stunden-Supply-Zone hier genau außerhalb von unserem Symmetrical Triangle. Das heißt, wir könnten im Laufe des Tages auch nochmal probieren, hier in diesen Widerstand reinzukommen, bevor wir dann, wie eigentlich es besser gewesen wäre von Anfang an, hier nochmal runtergehen in den Bereich der 66.000 US-Dollar, diese Konsolidierung abschließen und dann einen Breakout möglicherweise bekommen. Halving ist dann auch nicht mehr weit hin, also wenn wir uns mal so ein bisschen die Timeline angucken, bis zum 20. April zufällig könnte dieses Triangle weiterhin noch ausbrechen beziehungsweise weiterhin noch eine Konsolidierung erleben. Wir haben ja auch am Montag schon darüber gesprochen, dass vor allem heute sehr, sehr viele News aus den USA kommen um 14.30 Uhr. Wir haben die VPI-Daten, wir haben den Refinanzierungsindex, was da noch so alles kommt etc. pp. Also heute um 14.30 Uhr kommt auf jeden Fall eine Menge an News noch auf uns zu, was die Märkte natürlich nochmal bewegen könnte, was dann auch dazu führen könnte, dass wir vielleicht im Laufe des Tages noch ein bisschen hier bullisch reinkommen, beziehungsweise hier eben in diese 4-Stunden-Supply-Zone hier noch reingehen und dann eben nach unten in Richtung 66.400 US-Dollar. Wäre auch weiterhin hier, wie gesagt, meine Long-Option, wo ich nochmal Long gehen würde hier in diesem Bereich. Ansonsten lasst das Ding einfach laufen. Viele haben ja die Position hier unten mitnehmen können und sind jetzt weiterhin in dieser Position drin. Mehr würde ich momentan auch zwecks Bitcoin erst einmal nicht machen. Erstes Breakout ist jetzt erstmal gescheitert, kann man nichts ändern, aber dafür hatten wir ein höheres Hoch. Also momentan sieht eigentlich alles gut aus und auch wenn wir mal im 4-Stunden-Close ein bisschen näher reinschauen, sehen wir auch, okay, wir haben kein tieferes Tief mehr gebildet. Das heißt, wir hatten zwar die Wicks hier drunter, was die Liquidität unter diesen, ja, Volumenzonen hier abgefischt hat, aber ein Close darunter hatten wir nicht. Das heißt, momentan ist immer noch alles sehr, sehr gut im Rahmen. Trotzdem die 66.400 US-Dollar-Marke, das ist weiterhin die Marke, die es meiner Meinung nach zu holen gilt, beziehungsweise die nochmal als letzte Long-Shost zu werten ist. Blicken wir mal auf die Funding-Rates, die sind eigentlich relativ human, beziehungsweise völlig neutral. Also klar, wir hatten nochmal so einen kürzeren Anstieg hier auf maximal 0,03% bis 0,04%. Wird aber mittlerweile wieder deutlich abgebaut, nachdem es halt auch jetzt in den letzten Tagen nochmal, oder beziehungsweise in den letzten Stunden, dann nochmal deutlich nach unten hin runterging. Ansonsten hat sich wenig geändert im Gegensatz zu Montag, weiterhin eher Seitenlinie. Ich warte auf diese zwei Areas und auf die wird es meiner Meinung nach ankommen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich es gestern, wie gesagt, zeitlich überhaupt nicht geschafft, dann noch ein Video oder Sonstiges zu machen. Wir sind bei Ethereum perfekt hier in unser Golden Pocket reingekommen. Das war ja eigentlich auch so die Zielmarke, worüber wir jetzt schon etwas länger drüber gesprochen haben. Von dort aus ging es dann aber auch direkt nach unten hin. Wir haben aber schon Retest von unserer Downtrend-Linie gesehen. Also auch hier eigentlich alles noch im Rahmen. Plus wir sind sogar hier, das kann ich auch mal ganz kurz ein bisschen näher ranzoomen, in die vier Stunden Supply-Zone hier reingekommen. Also auch zwar nur minimal, aber diese vier Stunden Demand-Zone wurde jetzt hier erst einmal ganz kurz angedippt. Von hier aus zumindest eine leichte Erholung. Und da wird sich das auch im Laufe des Tages rausstellen. Das würde auch ganz, ganz gut zu Bitcoin passen. Wenn wir jetzt hier das FIP-Level ziehen, dass wir hier möglicherweise nochmal in den Bereich der 3630 US-Dollar vorstoßen und von hier aus dann entweder uns entscheiden, weiterhin nach oben zu ballern oder wie bei Bitcoin, wie wir es gerade hatten, mit dieser vier Stunden Supply- bzw. Widerstandszone auch hier abgelehnt werden und dann nochmal einen größeren Abverkauf nach unten hin sehen. Das heißt für mich weiterhin, also ich würde jetzt, den Short würde ich nicht mehr mitnehmen, also kurzfristig, wer da oben Short ist, ja, Stop-Loss-Entry und bitte ersten Take-Profit auf jeden Fall mal safe nehmen. Ansonsten hier würde ich nicht mehr Short gehen. Stop-Loss-Entry, nächste Long-Möglichkeit für mich, ist weiterhin einfach hier unten in dieser Bereich um 3100 beziehungsweise 3030 US-Dollar. Daran hat sich auch nichts geändert, aber würde es so zu dem Fahrplan passen, wenn wir auch hier bei Bitcoin heute im Laufe des Tages nochmal eine Erholung sehen, dann runter Richtung 66.000 gehen und dann Pump Richtung Hiving sehen, wäre eine Möglichkeit. Das gleiche eben bei Ethereum, heute nochmal im Laufe des Tages hoch und dann eben diesen Abverkauf nochmal hier runter. Das ist für mich ganz, ganz große Long-Zone und aber auch für alle Spot-Interessierten wäre auch eine Spot-Einkaufszone. So, gehen wir rüber zu Gold. Was hat sich da getan? Wir haben unser Ziel im Endeffekt jetzt eigentlich ganz gut erreicht hier oben. Ich bin noch nicht Short, weil ich gesagt habe, okay, die 2366 US-Dollar, die möchte ich gerne noch. Sind wir knapp momentan noch dran gescheitert, aber ich glaube, sollten wir heute vor 14.30, bevor die US-Zahlen nicht hier hoch sein, werde ich trotzdem Short gehen und dann zumindest hoffen, dass wir hier den ersten Abverkauf zumindest mal auf diesen R1-Pi-Wert, das heißt hier möglicherweise da noch eine Range bilden diesen Entry kriegen. Wie gesagt, die Long läuft weiterhin, die Short-Position werden wir aber heute im Laufe des Tages safe irgendwann auf jeden Fall eingehen. Werde ich euch aber dann auch, wie gesagt, hier in der Telegram-Talk und Signalgruppe auf jeden Fall Bescheid geben. So, soviel zu Gold. Können wir auch kurz und knapp machen. Gehen wir rüber zum Euro. Was hat sich da getan? Wir sind weiterhin in unserer Short-Position. Wir sind wieder im Golden Pocket. Gefällt mir momentan ganz und gar nicht so diese ganze Bewegung. Erstens, wir haben jetzt, ich mache das mal ganz kurz weg, wir haben jetzt hier eine Bearish Divergence hier mittlerweile gebildet. Volumen geht nach unten. Also nicht wirklich bullisch. Wer hier nochmal in den Short reingehen möchte, kriegt jetzt hier momentan nochmal die Chance, einfach diese Short-Position einzugehen. Ansonsten muss man aber auch dazu sagen, etwas positiver, was mich hier stimmt für unseren Short. Wir haben die Ineffizienz hier gefüllt. Das ist schon mal ganz gut. Also auch hier könnten die Zahlen heute Nachmittag um 14.30 Uhr für den Euro erstmal einen kompletten Downburst nach unten hingeben und dass wir dann möglicherweise auch heute im Laufe des Tages unsere Long-Position hier unten wirklich in dem Bereich der 1.072 Euro gegenüber dem US-Dollar dann auch kriegen. So, also auch ihr seht hier, es hat sich überhaupt nichts geändert die letzten zwei Tage. Machen wir aber noch last but not least den S&P 500. Hier muss ich auch sagen, bin ich weiterhin nicht Short. Also Plan war ja, wisst ihr ja, hier oben nochmal diesen Retest zu erleben. Wir sind momentan hier im Golden Pocket und es sieht eigentlich auch relativ gut aus, dass wir hier nochmal einen deutlichen Schlag nach oben hinkriegen, aber auch hier entweder um 14.30 Uhr oder vorher, dass wir hier noch in Short reingehen. Ansonsten tut sich hier nichts und momentan gibt es auch keine anderen Setups. Das heißt, der Plan von Montag steht eigentlich weiterhin, oder steht zumindest noch so am weitesten, wie wir ihn am Montag besprochen haben, minimale Änderungen. Wie gesagt, Gold kann sich ein bisschen was tun, Euro, Forex kann sich ein bisschen was tun, Bitcoin müssen wir einfach abwarten. Ansonsten, ja, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem kleinen Update-Video. Ansonsten würde ich sagen, ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Und wenn ihr Bock habt, jetzt habe ich es vorbereitet, gerne bei unserem Podcast auf Apple, Spotify etc. Überall reinhauen, würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Dann war es das von mir. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.